Süße Erinnerungen, liebe Leute. Ich heiße euch willkommen hier bei Remember Me. Und wir sind scheinbar immer noch in einer wirren Reminiszene von Madame gefangen. Und wir sind jetzt hier in einer komischen Umgebung. Memory Unit Trauma Room Unit A. Aber das hier sieht irgendwie alles nicht so normal aus, oder? Das sieht schon aus wie die Bastille, aber irgendwie ganz komisch verändert. Wahrscheinlich ist das so eine Art Traumwelt oder so. Memory. Okay. Kann ich da rüber balancieren? Ah, ich versuche lieber mal zu springen. Das ist mir zu gefährlich. Okay. Das war, glaube ich, die richtige Entscheidung. Ich glaube nicht, dass man da drüber laufen kann. Memory. Trauma. Trauma. In Richtung Trauma müssen wir. Uuuuuh. Ich habe ein neues Spiel. Ein besonderes Spiel. Nur für dich. Willst du eine Privatstunde? Oh oh. Wo ist sie denn? Ui. Du hast nichts gelernt, während du weg warst. Ah, nimm das, Madame. Autsch. Spielen wir noch einmal. Aber ich habe sie beschädigt. Also die Schadenskombo ist gut. Oh, ich habe meine Ass-Impressions wieder. Nein, so einfach geht's nicht. Okay, ich müsste dich aber anvisieren, oder? Da. Da. Ne. Okay. Okay. So einfach kriegst du mich nicht. Den Eindruck habe ich auch gerade. Ich kann sie nicht anvisieren. Okay. Dann mache ich euch erstmal alle. Kann das sein? Schön, dich wieder zu sehen. Ach, die. Ah, die. Da kommen immer welche nach. Okay, die kann ich nicht alle besuchen. Ich muss irgendwie die Madame, ähm... Die Madame, ähm... Könnte ich... Ich könnte... Ich könnte die Logikbombe einsetzen. Oh, oder halt... Ah, den Sensen DOS, den könnte ich doch auch einsetzen. Vielleicht hilft dir ja. Sensen DOS. Wo ist sie? Da ist sie. Okay. Ich hatte es aber schon vor. Okay. Ui. Bomben. Ein Glück, dass da immer wieder der Boden nachwächst. Lauf, du, Lauf. Denkst du? Ich kann dich nicht anvisieren, du blöde Kuh. Okay. Ah, jetzt kommen wieder die Gegner. Was soll das denn heißen? Bekämpfe nicht die Lust, nicht Anzug beten. Okay. Oha. Jetzt bombt sie wieder. Ai, 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 ai. Das war gar nicht einfach. Wie komme ich eigentlich hier ran? Also, der Sensen DOS war ganz wunderbar. Da habe ich jetzt noch über 100 Sekunden. Aber, ich könnte ja meine, äh, Aufladungs, äh, Erholungsbombe, Bombe, Bombe. Das schaffst du nicht. Wie? Autsch. So einfach kriegst du mich nicht. Nein, das sind aber richtig viele. Oh, jetzt bombt sie wieder. Ah, Mist. Also, diese ganzen Bombardierungsgeschichten nutzen nichts, wenn wir gerade gerade... Nein, so einfach geht's nicht. Oui. Ja, aber du auch nicht. Sieben Sekunden noch, dann kann ich den Sensen DOS wieder einsetzen. Und, ich könnte dann im Anschluss gleich die Sensen Raserei einsetzen jetzt aber. Zu beten. Oh, ich glaube, das macht richtig Schaden. Jawohl, Madame. Naja. Nicht schlecht. Auf jeden Fall haben wir einiges an Schaden zu gebügt. Autsch. Autsch. Aber sie sind uns natürlich auch. Autsch. Das schaffst du nicht. Wie? Oh doch, das schaffe ich. So. Ah, hier. Ja. Jawohl, eine Sechs-Schritt-Kombo. Haha. Aber ich habe keinen Fokus-Balken mehr. Nein. So einfach geht's nicht. Okay. Einen Fokus-Balken habe ich wieder. Autsch. Oh, und es sind solche Seraphim-Teile da. Oh, und sie bombt wieder. So einfach kriegst du mich nicht. Ja, aber du mich auch nicht, Madame. Astrid heißt die, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe. Astrid. Irgendwas Holländisches. Ja, jetzt hört es mit auf zu kommen. Schön, dich wieder zu sehen. Schön, dich wieder zu hauen. So. Ach, ich habe aber keine, nicht genug Fokus für die Sensen-Raserei im Anschluss. Ähm, dann mache ich das mal lieber nicht. Ich brauche Fokus. Autsch. Und sie bombt wieder. Ah, den Fokus-Balken hat krass geschafft. Ich glaube, das ist der Trick. Ich muss, ähm, Autsch, Sensen-DOS machen. Und dann, ähm, die Raserei gleichzeitig benutzen. Also, im Anschluss dann gleich benutzen. Ja, ja, ja. Autsch. So, Jungs, wo seid ihr? Ich erkämpfe nicht, die Lust nicht anzuwehren. Oh, mein Gott. Ich erkämpfe nicht, die Lust nicht anzuwehren. Das ist echt der Spruch des Tages. Oh! Wo ist sie? Da ist sie. Ah, Mist. Autsch. Ich muss mich danach mal aufladen an die Jungs. Au, 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 au. Das geht nicht gut. Ah, komm, hör auf. Madame. Nein, so einfach geht's nicht. Okay, wenn sie sagt, so einfach geht's nicht, dann kommen die... ...die Todeschen. Wo seid ihr? Da bist du. So einfach kriegst du mich nicht. Okay. So, wichtig ist halt, dass ich mich einigermaßen auflage. Oh, und sie bombt. Das schaffst du nicht. Wie? Das Ausbau war ich nicht. Ja, ja, ich kann aber den Sensen EOS noch nicht einzeln. Achso, ich muss mal die Lade-Auflade-Impression verwenden, ja. Sind gerade halt keine Gegner da. Oh, die bombt aber ganz schön. Bekämpfe nicht die Lust, mich anzubeten. Bekämpfe nicht die Lust, mich anzubeten. Echt cooler Spruch. So, elf Sekunden noch. Schön, dich wieder zu sehen. Oh! 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 Oh, ich habe ihr aber wohl genug Schaden zugefügt. Okay. Haha. Geschafft. Achso. Erste Runde. Ah, eine, ah, sie hat nochmal einen Balken. Okay. Gehorsche! Komm zu mir, Nillen. Finde mich, wenn du kannst. Gehorsche! 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 Du bist mein! Mein! Senkt die Augen vor, Madame! Was? Die hat Sprüche drauf. Diesmal solltest du für immer bleiben. Sensenraserei! Oh! 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 Du bist MEIN! Denkst du? Du hast nichts gelernt, während du weg warst. Du hast aber auch nichts gelernt, seit ich weg bin. Ich frage mich gerade, ob ich einen Rost in Frieden machen soll. Oh shit, die sind wirklich übel, die Typen. Ach, äh, ein Rost in Frieden? Soll ich mal die Logikbombe verwenden? Oh ne, das bringt nichts. Ach, die ist... Ach, die hat sie... Ah, okay, gut wäre sie gewesen. Ah, jetzt habe ich ganz schön einiges verschwendet. Ich muss aufladen. Dein Widerstand begeistert mich, Chef! Du bist MEIN! MEIN! Senkt die Augen vor, Madame! Oder im Hintergrund sieht man sie. Diesmal solltest du für immer bleiben! AICH! 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 Ich will aber erstmal meine Henne... BETE ANSIE! Bete zu mir. Ach Mist. Falsche anvisiert. Ich wollte Madame anvisieren. Lass mich raus. Wow. Dein Widerstand begeistert mich, Schatz. Kann ich eigentlich jetzt... Moment mal. Kann ich eigentlich den Sensor in die US jetzt verwenden? Oh ne, der funktioniert nicht mehr. Ich dachte mit dem Sensor in die US kann ich sie runterholen. Falsch. Ne, das mache ich ganz sicher nicht. Nachher werde ich mal Roste in Frieden anwenden. Vielleicht kann ich sie damit entdecken. Du hast nichts gelernt, während du weg warst. Ne, das sind jetzt keine mehr. Die rosten könnten. Oh, genau. Immer... Genau. Ach ne. Jetzt ist es auch nicht. So. Sensenraserei. Ich bin deine Göttin. Ja, du bist vor allem schwer zu entdecken. Diesmal solltest du für immer bleiben. Ich sag mal, ähm... Ach, drei Sekunden. Mist. Mist, Leute. Ich entdecke sie immer nicht. Sie ist immer die entfernteste, okay. Leider für mich. Leider für mich. Knapp daneben. Du hast nichts gelernt, während du weg warst. Und auch. Kann ich denn nicht, die ich jetzt runterhole... ...gleich den Sensor in die US einsetzen? Du, du zwingst mich nicht. Wie kannst du es? Frechheit! So funktioniert der Trick, also. Ah, Überlastung. Uh. Dein Widerstand begeistert mich. Du bist mein. Das denkst du? Oh. Oh. Ha. Ah. Diesmal solltest du für immer bleiben. So, jetzt bin ich wieder aufgeladen. Den Sensor in die US brauche ich noch. Autsch. Du hast nichts gelernt, während du weg warst. Oh, doch, habe ich. Ah. Sensor in die US. Wo ist sie? Da ist sie. Und... Sensor in die Raserei. Nimm das, Madame. Überlasten. Nochmal. Y. War das jetzt richtig? Ah. Ah. Oh no, das war falsch. Und ich war nicht schnell genug mit dem A. Ich habe zwar A gedrückt, aber es war nicht schnell genug. Menno. Ich bin deine Göttin. Alles wieder von vorne. Dein Widerstand begeistert mich, Schatz. Dein Widerstand begeistert mich nicht, Schatz. Ei, ei, ei. Nicht zu sehr viel. Ach, das wollte ich nicht. Ich wollte den Seraphim abverlangen. Better zu mir. Na komm schon. So, noch einen Fokusbalken brauche ich. Gehorche. So, das war der zweite Fokusbalken. Jetzt mal dann. Oh. X. Y. Y. B. Und A. Jetzt kommt A. Jawohl. Komm schon, komm schon. Was kommt jetzt? Wow. Habe ich es geschafft? Ja, ich habe es doch geschafft. Hu 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 hu. Ui ui ui. Das war ja mal ein Kampf. Hu hu. Es vibriert mein Controller. Plus 1000 PMP. Madame, überlasten. Ui. Ui. Nillin Sauer. Schule ist aus, liebe Madame. Hahahaha. Force Spammer. Der Force Spammer bewegt Geräte aus der Ferne, indem er Kontrollsysteme überlastet und in ihren Prozessen eine konstante Menge wertloser Daten einlagert. Aha. Madame ist ausgeschaltet. Nimm Ihren Force Spammer, um die Gedächtnisserver aufzuknacken. Befreien Sie die Gedanken der Heftlinge. Okay. Was jetzt? Ach so, bewegen. Ah. Okay. Halten Sie den Server eingeloggt und bewegen Sie ihn mit dem rechten Stick horizontal, um ihn zur Dechiffrierstation zu fahren. Sie können sich bewegen, während Sie den Force Spammer benutzen. Wo ist denn die Dechiffrierstation? Ach, wahrscheinlich hier irgendwie, oder? Ah, okay. Bin ich hier richtig? Ah, jetzt. Ah. Erinnerungsserver. Erinnerungsserver. Und was jetzt? Zunächst eine Dechiffrierstation. Ah. Schiene bewegen. Ach, das ist ja aber auch mal. Ach so, jetzt haben wir das dechiffriert und jetzt können wir es wieder zurück in den Server rein tun. Erinnerungs-Backup der Entsassen. Gedanken der Heftlinge. Wir haben das Ziel erreicht. Ja, voll, au. Gedächtnis-Befriedungs-Protokolle ausgeklingt. Synchronisiere Backup mit Ursprungsspeichermedien. Du hast es geschafft. Du hast die Erroristen-Revolution neu gestartet. Alle unsere Kameraden haben ihr Gedächtnis wieder. Zelle um Zelle geschändeter Gehirne. Alle bekommen ihr gestohlenes Gedächtnis zurück. Die Neugeburt. Noch hungerlos sind ihre Köpfe voll Zorn. Die neu gewonnene Freiheit befeuert vom Hunger nach sofortiger Tat. Und todgeglaubte Überzeugungen. Gestärkt in der Gefangenschaft entsteigen sie dem Chaos, eine neue Menschlichkeit zu schmieden. Nichts hält unsere Kameraden auf. Wo ist mein Gedächtnis? Ich fühle nichts. Keine Sorge. Wenn etwas hier funktioniert, dann ihre Backups. Deine Zeit wird kommen. Edge! Edge! Die Wiederherstellung war nur partiell. Es gibt immer noch Löcher. Ich fühle es. Weiße Flecken. Das war nicht alles. Komisch. Vielleicht hat Madame dein Gedächtnis woanders hin übertragen. Oh Gott. Mein Verbrechen. Ich erinnere mich. Ich habe ihn getötet. Ich sehe ihn. Ich bet sprinkler. Ich möchte ihn für die Zub3 ab! Erinnere mich. Ich weiß nicht. Ich bin Project für die Zub3. Vielen Dank.